noch ein bisschen stirn vielleicht? ich weiß sie hören zu, Karne. also passen sie auf. dieser krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden und sie wird man ihres Kommandos entheben. schlimmste drohe für jeden Kommandant Läupe und erleichtert ricks dann schnappt euer Zeug und los. wohin jetzt? vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten von wo er ganz Dubai überschauen konnte. da. der größte Tower Dubais. dahin. oh what the fuck. da gehen wir jetzt raus. Walker. ich muss mit dir reden wegen vorhin. wir haben Conrads Aufmerksamkeit. was gibt's da zu reden? ich hab dich noch nicht so erlebt. mir fehlt nichts. wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. ihr müsst mir vertrauen. achso, er muss mir vertrauen. ich trau dir, Walker. ich denk nur, du liegst falsch. das ist richtig. der ist ja tot. Er läuft. Er läuft. Okay. Wo? Ah, da. Ihr wohnt in welcher Bank? What the fuck? Ach, da unten. Feind ausgeschaltet! Feind getötet! Mocha ist eine ohne Deckung! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du bist ein verrieter! Arschloch! Verdammter Verräter! Er kommt aus der Deckung! Wer ist der Verräter? Oder? Lol. Geil, wer sind die denn? Guck mal einen Schluck Tee trinken. Ihr könnt das Video gut nicht. Er heißt Sergeant Lugo und er hat Recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gold? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir den Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser, der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Granate! Deckung! Ich sehe nichts! Bleib unten! Kontrollpunkt erreicht. Dö, dö, dö. Ist das Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Halte? Wer ist hier? Oh, verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los! Oh, hier. Beleid ich mir nicht Drecksack, ihr Fickahne. Da ist hier Drecksack. Ihr drei! Wuchst du mich! BAM! Nein, ich bin nicht! Weg nach dem Plan! 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 Ja, pfff! Weißt du, dass die Gegner haben so krasses Skill, ey? Ich bin so neidisch, ey, das ist so anormal. Ich! Rhetorix! Ich seh nichts! Bleibt unten! Nicht Kontakt! Ist das Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Halte? Wo steckt denn der Halte? BAM! BAM! Wer ist hier? Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los! Dir kostet mich Zeit! Trick eure Scheiße! Da kommen wir uns! Euer Schei! Stamm! ich bin unterwegs ich muss sagen ich hasse eigentlich drei schusswaffen aber in diesem game sind sie dann doch echt schon nützlich nein das ist ein verbündeter oder wie ja ich habe schon ja ich habe schon ja ich habe schon ich habe ihn Oh oh. Oh oh. Ah, verdammt, Mann! Nein, hier ist die. Ah. Exakt. Scheint alles klar zu sein. Wenn ihr Jungs so weit seid, treffen wir uns in der Küche. Muss nachladen. Muss nachladen. Los rein. Sie haben uns nichts zu sagen, bis der CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier... Oder ein Junge? Mit dieser perfekten Trist. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein Junge. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Was ist das mit dir? Ohne Scheiß. In der Kette. Das ist ein Lama. Weiß ich was. Boah Junge, vone Scheiß. Ihr seht aber auch so ähnlich alle. Ihr seht aber auch so ähnlich alle. Das ist ein Lama. Nein, da kommt der Städte unterwegs! Okay, Marco hat sie es um. Geh, ich bin weg, so sorry, Fama ist aber. Ich bin weg, Wander! Ich find das Schrot auch ganz geil. Und praktisch muss gehen. Ja, ja. Ja, wo lang? Das ist es, Jungs. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2 Euro in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Stürmmanöver vom Haupttor. Das hält die drei...